Als ich vor zweieinhalb Jahren hier angefangen habe, bin ich herzlich aufgenommen worden. Es wurde kein Unterschied gemacht zwischen Zeitarbeiter oder SMAler. Jeder war hilfsbereit, sämtliche Fragen wurden beantwortet. Es war niemand böse, wenn man mal einen Fehler gemacht hat und würde jederzeit wieder hier anfangen. Das familiäre Leben hier und dass die Arbeit wirklich mit den Kollegen sehr viel Spaß macht, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen, das ist auf jeden Fall sehr besonders für mich. Bei SMA zu arbeiten bedeutet für mich einen Beitrag zur Verbesserung der Zukunft unseres Planeten zu leisten und ich finde es toll und motivierend, das mit einem großen Team zu machen. Unsere Unternehmenskultur und vor allen Dingen auch unser Teamspirit, das ist schon außergewöhnlich. Einer ist für den anderen da. Wir können uns hier nach unseren Stärken einbringen und vor allen Dingen auch eigenverantwortlich denken, handeln und Dinge vorantreiben. Das zeichnet SMA aus.